Der Bürgerverein Pfarr hat sich zur Aufgabe gemacht, die alte untere Mühle in Pfarr zu sanieren. Hier, wo schon viele Müller seit über 500 Jahren ihr Handwerk verrichteten. Am 10. Juni 2011 erwarb der Verein die untere Mühle nebst Wohnhaus. Das Wohnhaus soll demnächst abgerissen werden und dort wird dann ein moderner Dorfplatz entstehen. Aber erst mussten viele fleißige Hände die untere Mühle und das Wohnhaus von Unrat bereinigen. Endliche Container wurden abgefahren und dann endlich hatte man eine Übersicht, wie es wohl früher aussah. Die untere Mühle wird nun abgestützt und dann kann das Wohnhaus abgerissen werden. Dies soll zu Pfingsten fertig sein. Dann geht es weiter an der Mühle. Hier ist noch sehr viel Arbeit. Später einmal wird man in der neugestalten untere Mühle bei einer Tasse Kaffee sitzen und sich erinnern, wie es wohl damals aussah. Da die Umbaumaßnahmen einiges an Geld kosteten und alle ehrenamtlich arbeiten, sind Spenden immer herzlich willkommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020